Willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch mein Hörspiel gefällt, dann macht doch einfach ein Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. Tavernengeschichten – Die Eisklingen der Freundschaft Kapitel 1 – Die Suche beginnt Die Stadt lag bereits in tiefer Dunkelheit, als Dornachs sich auf die Suche nach Oriana machte. Der Mond warf schmale Lichtstreifen auf die gepflasterten Straßen, während die Schatten der Häuser wie düstere Wächter wirkten. In seinem Kopf hallte der Gedanke an Kasimirs beunruhigende Worte wieder. Quinn tot, Kalenz am Boden, Oriana und Grummel – alles nur wegen dieser dummen Muscheln. Dornachs spürte, wie die Unruhe in ihm wuchs, während er durch die verlassenen Gassen schlenderte. Die gewohnte Lebendigkeit der Stadt war einer gespenstischen Stille gewichen, die nur von seinen eiligen Schritten durchbrochen wurde. Er spürte förmlich den warmen Windhauch vergangener Sommertage in der kalten Nachtluft. Seine Gedanken kreisten um Oriana, die Sonne seines Lebens, die selbst den langweiligsten Tag mit Licht erfüllte. Ohne ihre fröhliche Stimme und ihr ansteckendes Lächeln war der Tag zu einer trostlosen Leere geworden. Die Dunkelheit der Nacht schien seine Trauer noch zu verstärken. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte Dornachs den Ort, an dem sie sich mit Hadrian zum Abendessen treffen sollten. Er warf einen Blick in die geschlossene Taverne und spürte, wie sich die Sorgen in seinem Magen zu einem dicken Knoten zusammenzogen. Apropos, es ist schon Sonnenuntergang und sie ist noch nicht zurück, H.M. Wir wollten doch zusammen bei Hadrian zu Abendessen, murmelte er vor sich hin. Die Ungewissheit nagte an ihm und er wurde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches geschehen war. Gerade als er sich fragte, ob er nicht einfach weitergehen sollte, tauchte Kasimir auf. Der junge Mann wirkte erschöpft, sein Atem ging schwer. »Geht er zu Mondreiterin Kleeblättchen?«, überlegte Dornachs und sprach seinen Freund an. »Hey, Kasimir!« Doch zu seinem Erstaunen bekam er keine Antwort. Kasimir starrte durch ihn hindurch, als wäre er in Gedanken versunken. »Sag mal, hast du Oriana gesehen?« »Ich wette, die Schlafmütze hat mich heute einfach vergessen!« versuchte Dornachs, die Stille zu durchbrechen. Kasimir blickte langsam auf und antwortete knapp, »Quintot, Kalenz am Boden und Oriana und Grummel.« »Alles nur wegen dieser blöden Muscheln!« Oriana wollte Kalenz helfen, aber es waren zu viele. »Morlinge! Wir brauchen Leute, die sie rausholen, sonst erfrieren sie noch. Wer kommt mit? Kalenz, Oriana und Grummel.« Diese Worte trafen Dornachs wie ein Schlag. Sein Herz raste, und die Sorge um Oriana verwandelte sich in eiskalte Entschlossenheit. Der sonst so fröhliche und mutige Dieb wirkte zwar blass und irgendwie müde, aber gleichzeitig überzeugend und ziemlich willensstark. Die Stadt, die eben noch in Dunkelheit gehüllt war, schien nun von einer unsichtbaren Bedrohung durchzogen zu sein. Dornachs spürte, dass er sich dieser Herausforderung stellen musste, nicht nur für Oriana, sondern für alle seine Freunde, die in dieser eisigen Nacht um ihr Überleben kämpften. Kapitel 2 Der Pakt der Helfer Der Wind heulte durch die kahlen Bäume am Stadtrand, als Dornachs und Kasimir die Gruppe der Helfer erreichten. Sie hatten sich an einem abgelegenen Ort versammelt, der nur schwach von den fahlen Strahlen des Mondes beleuchtet wurde. Dornachs konnte die Umrisse einiger Schatten erkennen, deren Gesichter in der Dunkelheit verborgen blieben. Kasimir trat vor die Gruppe. Seine Stimme war ernst, als er die Situation schilderte. Seid ihr die, die mitkommen? Eine zustimmende Geste von Dornachs und den anderen genügte als Antwort. Die Dunkelheit schien sie in ihrer Entschlossenheit zu bestärken, während der kalte Wind ihre Silhouetten umspielte. Die Helfer bildeten einen Kreis und Kasimir erklärte die Lage. Es sind zu viele. Wir brauchen Leute, die sie rausholen, sonst erfrieren sie noch. Die Worte hallten in der Stille der Nacht wieder und die Gruppe nickte als Zeichen, dass sie bereit war, diese gefährliche Aufgabe zu übernehmen. Dornachs spürte die Spannung in der Luft, als die Helfer ihre Ausrüstung überprüften. Die Fackeln flackerten und das Licht zeigte die konzentrierten Gesichter der Kameraden. Der Klang von Metall, wenn Schwerter gezogen wurden, vermischte sich mit dem leisen Murmeln von Gebeten und Aufmunterungen. Die Gruppe setzte sich in Bewegung, wurde von der Dunkelheit verschluckt und folgte dem von Kasimir geführten Pfad. Das Knirschen der trockenen Blätter unter ihren Füßen begleitete sie auf ihrem Weg durch den Wald. Jeder Schritt wurde von einer bedrohlichen Stille begleitet, die nur vom Heulen des Windes und dem Rascheln der Blätter durchbrochen wurde. Je näher sie dem verlassenen Ort kamen, desto mehr spürte Dornachs die Kälte, nicht nur die des eisigen Windes, sondern auch die eisige Angst, die sich in ihm ausbreitete. Die Gedanken an Oriana, Grummel und Kalenz trieben ihn vorwärts, durch die undurchdringliche Dunkelheit, die aus den Baumwipfeln über ihnen hervorzubrechen schien. Als sie endlich den Ort erreichten, bot sich ihnen ein schauriges Bild. Die Moorlinge in ihrer düsteren Gestalt umgaben die Gefährten. Das eisige Licht der Mondstrahlen offenbarte das Chaos des Kampfes. Dornachs spürte seinen Herzschlag in den Ohren, als er sich in den Kampf stürzte. Der eisige Stahl seines Dolches glänzte im fahlen Mondlicht. Der Kampf war heftig. Das Klirren der Waffen und das Keuchen der Kämpfenden vermischten sich zu einem düsteren Orchester. Dornachs kämpfte mit fieberhafter Entschlossenheit, seine Gedanken waren bei seinen Freunden, bei Oriana, Grummel und Kalenz. Inmitten des Chaos gelang es Dornachs, Oriana und Grummel aus den Klauen der Moorlinge zu befreien. Kalenz lag schwer verletzt am Boden, doch die Helfer eilten ihm zu Hilfe. Die Kälte der Nacht schien einem wärmeren Glanz zu weichen, als sich die Freunde vor Erleichterung umarmten. Der Ausgang des Kampfes war ungewiss, aber die Bande der Freundschaft hatten die härteste Prüfung überstanden. Kapitel 3 Kampf um Leben und Freundschaft Die Nacht verging langsam, als die Helfer, erschöpft und gezeichnet von ihrem Kampf gegen die Moorlinge, sich langsam sammelten. Im fahlen Licht des aufgehenden Mondes waren die letzten Spuren des Kampfes zu erkennen. Der Atem der Gefährten vermischte sich mit dem eisigen Nebel, der über dem Boden lag. Dornachs stand da. Sein Herz pochte wild in seiner Brust, während er seinen Blick über die Szenerie schweifen ließ. Die Moorlinge waren besiegt, die Bedrohung gebannt, aber die Wunden, körperliche und seelische, waren noch da. Kalenz wurde von einigen Helfern gestützt, sein Gesicht war ausdruckslos vor Schmerz. Grummel, Oriana und die anderen wirkten erschöpft, aber lebendig. Kasimir trat einen Schritt vor, sein Blick suchte die Augen seiner Kameraden. Ihr habt tapfer gekämpft. Ohne euch wären Oriana, Grummel und Kalenz verloren gewesen. Die Moorlinge sind besiegt, aber der Preis war hoch. Seine Stimme klang ernst und Dornachs konnte die Spuren der Erschöpfung in seinen Zügen erkennen. Die Sterne funkelten am Himmel, als sich die Gruppe um ein improvisiertes Lagerfeuer versammelte. Die Wärme der Flammen schien die Kälte der Nacht zu vertreiben, während die Helfer ihre Wunden versorgten und ihre Gedanken sammelten. Dornachs fand sich neben Oriana wieder. Ihre Augen trafen sich und ein stummer Austausch von Erleichterung und Liebe fand statt. Die Umarmung, die folgte, schien die Strapazen der letzten Stunden zu lindern. Grummel, der die Gruppe beobachtete, lächelte müde, aber dankbar. Wie können wir euch danken? Er tönte die Stimme einer der Helferinnen, deren Namen Dornachs nicht kannte. Kasimir antwortete mit einem leisen Lächeln, »Wir haben als Freunde geholfen, Leben zu retten.« »Das ist Dank genug.« Die Nacht verging, und im Morgenlicht kehrte Ruhe in die Stadt zurück. Die Gruppe der Helfer löste sich auf, jeder ging wieder seiner Arbeit nach, aber die Erinnerung an diese Nacht sollte für immer in ihren Herzen bleiben. In den Tagen nach der Schlacht veränderte sich die Stadt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von den tapferen Helfern, die sich der Bedrohung durch die Moorlinge entgegengestellt hatten. Dornachs und die anderen wurden zu Helden, nicht wegen ihres Mutes im Kampf, sondern wegen ihres selbstlosen Einsatzes für Freundschaft und Leben. In der Stille seines Hauses schrieb Dornachs in sein Tagebuch, »Der Ausgang der Geschichte mag noch offen erscheinen, aber wir haben zusammengehalten, um Leben zu retten. Die Bande der Freundschaft haben uns stark gemacht, und wir werden für immer diejenigen sein, die in der Dunkelheit das Licht der Solidarität entzündet haben.« Untertitelung des ZDF roommate